Eskongress, Montagabend um 20.30 Uhr und heute natürlich für uns alle eine Besonderheit, dass wir hier zum ersten Mal nach der wirklich langen Corona-Pause sind und wieder ein Live-Konzert erleben können. Wir haben hier eine fantastische Band heute und gleichzeitig ein kleines und sehr ausgesucht feines Programm. Jetzt unbedingt mal die Getränke wegstecken und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Applaus-Test, was heute hier im Saal möglich ist. Wir begrüßen Peter Lehl mit seinem aktuellen Programm. Viel Vergnügen! Sehr schön, herzlichen Dank! 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 Vielen Dank! Sehr schön, herzlichen Dank! Vielen Dank! Sehr schön, herzlichen Dank! Vielen 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 Dank! Jetzt kommt ein sehr schönes Werk! Jetzt kommt ein sehr schönes Werk! Das habe nicht ich geschrieben! Leider! Geschrieben hat es Charlie Hayden! Ein wunderbarer Musiker, Bassist! Auch schon leider verstorben! Und diesen Song, der heißt bezeichneterweise First Song! Und ich habe den kennengelernt bei der letzten Tour, die Stan Gatz gespielt hat, war das einer der Songs, so eindringlich gespielt! Der war da schon sehr schwer krank und man konnte die Lunge schon röcheln hören und es war so berührend! Seitdem mag ich dieses Stück und das spielen wir heute Abend passend zum ersten Konzert nach langer Zeit mit Publikum! Der erste Song, Charlie Hayden! Dass auch noch nicht die Lunge schon rumlaufen! Oder nicht die Lunge schon röcheln werden? Oder nicht die Lunge! Die Lunge schon die Lunge kommen! Die Lunge schon wieder auf der Zeit, die Sie für das ganze Zeit, abfällt! Musik 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 Applaus Ja, Mr. Blümlein, sehr schön. Vielen Dank. First Song, Dirk Blümlein. Applaus Applaus Dankeschön. Jetzt brauchen wir ein bisschen Bewegung. Applaus Dankeschön. Ein bisschen Drive mit einem Shuffle und das Stück heißt passenderweise Shuffle, Shuffle. Viel Vergnügen. Dankeschön. One, two, one, two, eight, four. Gitar 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Am Dienstag. benutzt haben. Vielen Dank, Hot Blue Balkan. Vielen Dank. 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 Yeah. Freiburg Rocks. Super. Dankeschön. Ich habe eigentlich sehr gehofft, dass der Christian Streich vorbeikommt. Ich bin Fußballfan, weil ich bin Fußballfan, weil ich bin Fußballfan und ich stehe auf den SD Freiburg, aber das ist gut, oder? Trotzdem ist er nicht gekommen. Das könnt ihr mal weiter sagen. Johannes, das wäre mal irgendwie, der hört sich das bestimmt an. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ansonsten führt er durchs Programm, das ist dann auch unterhaltsam. Okay, bevor wir jetzt allen Verstand verlieren, spielen wir noch ein Stück von mir zum Schluss. Also bei der schlimm ist, es ist es ist, dass Sie sich das mal immer. Well, da ist ja auch mein personal, das ist ja auch spät mert. Und das ist ja auch immer. Und das ist ja auch immer. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.